Herr Minister, die Startbilanz des Jobtickets war ja schon sehr gut. Wie sieht es im Moment aus? Was ist der aktuelle Stand? Wir hatten uns ja vorgenommen, nach so neun bis zwölf Monaten um die tausend Bestellungen des Jobtickets zu haben. Real liegen wir jetzt bei 6300 Bestellungen. Das ist ein Riesenerfolg erstmal. Auch wenn wir sagen müssen, dass von den 118 Rahmenverträgen, die wir insgesamt abgeschlossen haben, 70 Prozent aus der Privatwirtschaft sind, aber die Anzahl der Einzelbestellungen daraus dann doch einen kleineren Anteil ausmachen als der Bereich, wo etwa UKSH und das Land Schleswig-Holstein selbst als Arbeitgeber mitmachen. Aber insgesamt ist der Jobticket, glaube ich, ein Riesenerfolg. Sie haben gesagt, einen kleineren Anteil. Sozusagen die Zahlen besagen, 90 Prozent der Jobtickets werden sozusagen von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes oder anderer öffentlicher Einrichtungen gelöst. Und das heißt andersrum, das Land und die Stadt, also die öffentliche Hand, zahlt mehr als 300.000 Euro im Monat, um dieses Jobticket zu finanzieren. Ist das nicht ein bisschen teuer? Nein, das finde ich an der Stelle überhaupt nicht, weil man die Dinge auseinanderhalten muss. Das eine ist in der Tat, wir wollten und wollen eine Anschubfinanzierung für das Jobticket machen. Das ist in einem Jahr halt zwei Millionen Euro und in der Tat nach ihrer Rechnung sind davon 160.000 Euro im Monat ungefähr rund und roh. Das ist diese Anschubfinanzierung für das ÖPNV-Thema. Damit unterstützen wir die Verkehrsunternehmen und damit bringen wir das Ganze ins Rollen. Der andere Teil ist Geld, das wir für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des öffentlichen Dienstes oder im Bereich des UKSH an Geld ausgeben. Und ehrlicherweise, das ist etwas, was wir als Arbeitgeber tun, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, weshalb ich das goldrichtig finde an dieser Stelle. Lassen Sie mich auch sagen, dem Klima ist es wurscht, piep, egal, ob jemand auf den ÖPNV umsteigt, der aus einem Privatunternehmen kommt oder ob der aus dem UKSH oder vom Land kommt. Dem Klima ist damit gedient, dass man auf den ÖPNV umsteigt und das gelingt uns mit dem Thema. Lassen Sie mich zum Schluss noch sagen, ja, es stimmt, 90 Prozent der Abos sind derzeit oder der Bestellungen sind derzeit aus dem Bereich der öffentlichen Trägerschaft. Aber das heißt ja auch, 10 Prozent von 6.300 sind 630. Und 630 ist fast bei den 1.000, die wir ursprünglich überhaupt insgesamt angepeilt hatten. Und die kommen rein aus Privatunternehmen. 6.300 klingt toll, wenn man sich als Ziel 1.000 gesetzt hat. Aber wie viele Arbeitnehmer und theoretische Jobticket-Nutzer gibt es denn in Schleswig-Holstein? Das ist doch mehr als eine Million. Ja, das ist richtig. Aber natürlich kann man sagen, erstens sind wir ein Flächenland. Wir haben ganz andere Bedingungen als eine Metropole wie in Hamburg. Und zweitens geht es ja darum, gerade auch die Attraktivität zunächst mal zu zeigen und dann auch zu zeigen, dass noch mehr Leute das abschließen sollten. Und mein Appell geht an alle Unternehmerinnen und Unternehmer für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch gerade für ihre Azubis, dieses Jobticket vorzusehen. 30 Euro im Monat sind da eine unglaubliche Steigerung der Attraktivität des Jobs. Und deshalb bin ich frohen Mut, dass wir am Ende des Jahres nicht nur eine Größenordnung von 10.000 Jobtickets haben werden, sondern dass es weiter nach oben geht und dass wir damit ganz viel erstens für den ÖPNV, für den Klimaschutz und damit insgesamt für die Gesellschaft tun. Also glaube ich schon, wir sind auf dem richtigen Weg. So wie Sie klingen, hört sich das ja nach sehr guter Werbung an. Wie viele Jobtickets haben Sie denn persönlich? Das habe ich jetzt nicht persönlich gemacht. Dafür ist die NaSH da, dafür sind andere Leute da. Aber natürlich habe ich im Mittelstandsbeirat bei den Industrie- und Handelskammern und bei den Unternehmensverbänden dafür geworben, dass wenn wir ein solches Ticket machen, das ja für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch eine Jobsteiger, also eine Attraktivitätssteigerung für ihre Jobs ermöglicht, dass das bitte auch in Anspruch genommen werden möge. Und ich bin guter Dinge, dass das noch stärker in Anspruch genommen wird in Zukunft. Aber Ihren Dienstwagen haben Sie noch nicht eingemottet? Nee, den habe ich nicht eingemottet. Der ist auf der Strecke zwischen Ahrensburg und Kiel in der Tat dann doch das adäquate Mittel, weil es im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs dann doch etwas länger dauern würde, von Ahrensburg jeden Tag nach Kiel und wieder zurückzukommen. Und ehrlicherweise, das kriege ich im Terminkalender nicht unter. Vielen Dank.